Ja, moin zusammen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Und warum ich auf dem Weg dahin bin, ja, das seht ihr ein bisschen später in dieser ganzen merkwürdigen Zusammenschnitt-Aktion, die hier gleich von euch kommt. Oh yeah! Fahrt da nach vorne, ey, verfickte Scheiße. Ich bin spät dran und hier ist kein Parkplatz! KEIN PARKPLATZ! So, endlich Parkplatz gefunden, ey. Wat für ne verfickte Drecks-Ecke hier. Ja, das ist echt unglaublich, wo die hier Parks entessen sind hier vom Hauptbahnhof, man. So, ja, ich bin am Düsseldorf im Flughafen jetzt endlich und für mich geht's heute nach München, ja. Und was ich da mache, da zeige ich euch erst nach dem Flug, ja. Also bis gleich. Musik Bitte schalten Sie auch Ihren Tutschgeräte und Mobiltelefon aus. So, und jetzt bin ich auch am Flughafen in München angekommen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier zur Bahn komme. Nämlich nach EA. Ja. Ja, ich bin jetzt hier irgendwo in München. Ich such gerade das Maien-Zeit-Carré oder so, glaube ich. Irgendwo da soll EA sein. Äh, ich weiß aber noch nicht so recht, wo ich wange. Na ja, gucken wir mal, ne. Äh, äh, äh. Boah, hier irgendwo lang. Hilfe! Ah, nein! Aua! Oh! Oh! Überall Wüsche! Ah, voll voll im Mund, ey! Mmh! So, ja, endlich bin ich am Zielpunkt meiner Reise hier angelangt, ja. Denn heute geht es um Titanfall, ja. Oh, ja, endlich bin ich mir hier. Wie ist das? Nagegenwilfenig sind es, nicht mehr. Die sind es, natürlich nicht vermutlich. Wann woher ich mich auf den Alltag in München und Lange? Oh, das ist ja, ich bin jetzt bitte. Da ist es. Da ist es, du willst, oder? Da ist es mir, das ist es, du willst. So, ja, ich habe gerade hier einen gefunden. Der sieht aus wie der Kapuzenwurm. Warte mal, ich filme da mal unauffällig hin. So, ja, das war mein Trip zur Fortpremiere erstmal von EAs Titanfall. Ja, ich stehe jetzt hier wieder am Terminal 2 vor dem Münchner Flughafen und ich werde mich jetzt mal in die Maschine begeben, die mich endlich nach Hause bringt. Oder eher gesagt in die Wartelounge, wo ich jetzt erstmal noch eine Stunde warte. Geil, ne? Na gut, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.